Hallo zusammen, kann ich meine Krypto-Gewinne eigentlich jetzt schon realisieren, ohne dabei einen einzigen Bitcoin oder Ether zu verkaufen? Und ja, das klingt total unlogisch und dennoch geht es und zwar, indem ich ein Tool verwende wie zum Beispiel Ethos Reserve oder wie Liquidity und in diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Also angenommen, ich hätte letzte Woche zum Beispiel meine Ether für 1700 Dollar gekauft, sagen wir mal, ich hätte zwei davon gekauft, dann hätte ich jetzt also quasi 200 Dollar pro Ether verdient, denn wir sind aktuell hier bei 1900 Dollar pro Ether, also 200 Dollar Gewinn pro Ether sind insgesamt 400 Dollar. Das entspricht ungefähr so 10, 11, 12 Prozent Rendite in einer Woche und man muss das mal vergleichen zum Beispiel mit dem Ether Staking, wenn ich meine Ether staken würde, aktuelle Staking Rewards liegen so bei 5 Prozent. Das heißt, ich bräuchte also schon ungefähr zwei Jahre, um durch Staking das zu erreichen, was ich jetzt einfach nur hier durch diese Kursdifferenz in einer Woche geschafft habe. Und ich finde, da ist es schon mal berechtigt, sich zu überlegen, ist das vielleicht besser, jetzt Gewinne mitzunehmen, am besten die Ether zu verkaufen, darauf zu hoffen, dass die Kurse wieder runtergehen, dann da nochmal günstig einsteigen. Das heißt also, die Gewinne in irgendeiner Form absichern. Und andererseits aber, wenn ich jetzt meine Ether verkaufe, kann es natürlich sein, dass der Ether weiter steigt, dass wir am Anfang einer Rally sind oder dass wir vielleicht sogar am Anfang eines richtigen Bullenmarktes sind, dann wäre ich viel zu früh ausgestiegen. Und für dieses Dilemma gibt es im DeFi-Bereich tatsächlich eine sehr, sehr gute Lösung und zwar über die Plattform Ethos Reserve. Ethos Reserve ist relativ neu. Das ist, glaube ich, erst zwei oder drei Monate alt, also ein bisschen Vorsicht angezeigt, wenn man jetzt mit Ethos Reserve arbeitet. Es gibt aber auch ein ähnliches Protokoll, das sehr viel älter ist, das schon seit über einem Jahr ziemlich unfallfrei läuft und das heißt Liquidity. In diesem Video möchte ich aber auf Ethos Reserve eingehen, weil Ethos Reserve bietet einfach nochmal ein paar Features mehr als Liquidity und über Ethos Reserve hat man auf jeden Fall die Chance, jetzt Gewinne zu realisieren, ohne seine Ether zu verkaufen. Ich bin jetzt hier auf der Website von Ethos Reserve und hier kann ich meine Ether hinterlegen und dann entsprechend meine Gewinne auf die Ether schon mal realisieren, ohne dass ich die Ether verkaufen muss. Und Ethos Reserve läuft auf Optimism, das heißt, ich muss meine Ether zunächst einmal hier rüber bridgen. Ich setze ein bisschen voraus, dass ihr wisst, wie ihr eine Bridge bedient. Ansonsten schaut euch einfach mal Jumper Exchange ein, an Jumper Exchange, Link ist auch unten in der Videobeschreibung, bietet eine Möglichkeit aus verschiedenen Bridges die beste rauszusuchen. Und wenn ich dann also meine Ether hier auf Optimism habe, dann kann ich, dann muss ich die auch umwandeln noch in Wrapped Ether, weil ich kann hier nur Wrapped Ether einlegen, keine Ether. Auch das setze ich voraus, wie ihr also aus Ether Wrapped Ether macht, dass ihr das könnt. Und ansonsten, es geht relativ simpel über Uniswap, über Uniswap einfach von Ether nach Wrapped Ether swappen. Das kostet auch keine Swap-Fees, das ist einfach nur so ein Umwandlungsvorgang, ein kostenloser Service von Uniswap. Aber es gibt auch noch andere Varianten, müsst ihr selber mal rausfinden. Also ich setze mal voraus, ihr habt also jetzt eure Ether oder ich habe jetzt meine Ether hier auf Optimism und ich habe sie auch umgewandelt nach Wrapped Ether. Als nächstes muss ich hier eine neue Position aufmachen, das mache ich hier über Open a Position. Im Dashboard mit Get Started und hier muss ich dann auswählen, dass ich eine Ethereum-Position aufmachen möchte. Ich gebe hier ein, meine ungefähr zwei Ether. Ich habe jetzt ein bisschen was abgezogen, weil ich ja noch was für die Gasgebühren übrig lassen möchte. Und hier kann ich dann also eintragen, wie viel ich mir ausleihen möchte. Und das ist die ganze Idee dahinter. Ich hinterlege also meinen Ether hier in diesem Protokoll und kann mir dafür dann ein Darlehen nehmen. Und dieses Darlehen notiert in einem Token, der heißt Earn, E-R-N. Oder auch, das ist die Abkürzung für die Ethos Reserve Notes. Und das ist also ein Stablecoin, der 1 zu 1 an den Dollar gebunden sein sollte. Er weicht aber zur Zeit tatsächlich ein bisschen vom US-Dollar ab und zwar nach oben. Ein Earn ist ungefähr 1,05 oder 1,04. Ich weiß gar nicht den aktuellen Standwert. Also das heißt, man bekommt sogar noch ein bisschen mehr in US-Dollar gerechnet, als man irgendwie letztendlich hier einträgt. Und weil also jetzt mein Gewinn 400 Dollar betragen hat letzte Woche, werde ich mir hier einfach ein Darlehen von 400 Earn Tokens nehmen. Also etwas mehr als 400 Dollar. Und diese 400 Dollar, damit kann ich dann also im Grunde machen, was ich möchte. Dafür sind jetzt meine Ether hier in Ethos Reserve hinterlegt. Und der erste Gedanke, der einem jetzt natürlich so durch den Kopf geht, ist, okay, das ist jetzt irgend so ein Stablecoin, der Earn Token, was garantiert mir jetzt, dass der seinen Dollarwert behält? Und da kann man erstmal ganz grundsätzlich zu sagen, im Prinzip natürlich gar nichts. Es ist irgendein Mechanismus hier dahinter, der dafür sorgen soll, dass der Ethos Reserve Note Token quasi seine Dollaranbindung behält. Ob das immer unter allen Umständen funktioniert, weiß kein Mensch. Zusätzlich ist es natürlich auch so, dass diese Plattform hier noch relativ jung ist. Also es ist tatsächlich, sind gewisse Risiken darin enthalten. Also mein Rat ist natürlich, wie immer, macht euch selber schlau, lest die Doku, hört nicht auf mich, probiert es aus mit kleineren Beträgen und so weiter. Also die üblichen Dinge, die im Lieferbereich eigentlich normal sein sollten, gelten hier auch. Ja, es gibt aber jetzt hier quasi eine Möglichkeit, sich davor zu schützen, dass man betroffen ist, wenn der Earn Token seine Dollaranbindung verliert und nach unten geht. Und zwar, indem man diese Earn Tokens sofort, wenn man das Darlehen genommen hat, umwandelt in einen anderen Stablecoin, der in gewisser Weise sicherer ist. Oder eventuell sogar dann, wenn man also zum Beispiel es umgewandelt hat in USDC, die USDC auf einen Exchange überträgt und die in Euro umwandelt, dann hat man natürlich seine 400 Euro ungefähr oder 380 oder was es jetzt im Moment wert ist, quasi sicher. Es ist eigentlich egal, ob der Earn Token im Wert verfällt. Es ist sogar gut für einen, weil wenn der Earn Token seine Dollaranbindung verliert, euer Darlehen hier notiert in Earn Tokens. Das heißt also, wenn der Earn Token jetzt runter geht auf 50 Cent, dann halbiert sich euer Darlehen. Ihr habt ja noch die 400 Euro auf eurem Konto, könnt dann also 200 Euro nehmen, dafür die 400 Earn Tokens kaufen. Der hat sich ja halbiert im Wert, also kann ich jetzt für 200 Euro 400 Earn Tokens kaufen, die hier zurückzahlen, dann meine Ether wiederholen. Das ist also auf jeden Fall kein echtes Risiko hier in diesem Sinne. Und für dieses Darlehen gibt es jetzt hier noch ein paar Punkte, die relativ wichtig sind. Zum einen die Collateral Ratio, die jetzt bei 872 Prozent liegt. Das heißt also, man kann wesentlich mehr als nur die 400 Dollar entnehmen. Also man könnte jetzt hier sogar ein Darlehen von 1000 Dollar machen. Das ist aber jetzt in diesem Beispiel nicht das, worum es mir geht, sondern mir geht es darum, eben nur den Gewinn zu entnehmen, den man letzte Woche gemacht hat, also den man über die Zeit gemacht hat. Und dadurch hat man hier ein sehr, sehr, sehr hohes Sicherheitspuffer. 870 Prozent Collateral Ratio ist schon ziemlich ordentlich und da kann so schnell nichts passieren. So und dann gibt es hier aber noch einen weiteren Punkt und das ist die Gebühr, die man dafür zahlen muss. Man zahlt für dieses Darlehen tatsächlich keine Zinsen, aber man zahlt eine Einmalgebühr und die liegt bei 0,5 Prozent des Wertes der Position. Und das sind ja also in diesem Fall tatsächlich 2 Dollar, 2 Earn Tokens und man kommt dann hier auf eine Gesamtschuld von 412 Dollar. Warum jetzt nicht 402? Weil man muss nochmal eine Sicherheitseinzahlung von 10 Dollar machen. Falls meine Position liquidiert wird, muss ich irgendwie die Kosten decken. Dafür muss ich 10 Earn Tokens hinterlegen als Sicherheit. Die bekomme ich aber wieder, wenn ich mein Darlehen auslöse. So und jetzt gibt es hier zwei Preise. Es gibt hier den Liquidation Price und das heißt, wenn der Ether auf 200 Dollar fallen sollte, dann wird meine Position liquidiert. Bedeutet, dann wird meine Position irgendwie aufgelöst in irgendeiner Form. Dahinter ist auch irgendein Prozedere. Auch darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil das hier ein sehr, sehr großes Sicherheitspuffer ist. Wir sind im Moment bei 1900 Dollar und 227 Dollar. Also bei allem Skeptizismus sollte man doch irgendwie irgendwo den Glauben an Ethereum so weit haben, dass man jetzt nicht mit 220 Dollar Preis rechnet in den nächsten Wochen. Und wenn das dann doch irgendwann in diese Richtung gehen sollte, dann hat man auf jeden Fall immer noch genug Zeit, hier sein Darlehen zurückzuzahlen. Der Recovery Liquidation Price, das ist so ein gewisser Mechanismus, der hier hinterlegt ist. Das heißt, wenn jetzt die Gesamtzahl der Schuldner hier, wenn also alle Schuldner insgesamt so krass verschuldet sind, dann gilt ein anderer Liquidation Price und der liegt bei 252 Dollar. Ist ein bisschen kompliziert. Macht euch einfach selber schlau. Auch das ist so weit entfernt, dass ich also mir hier jetzt erstmal selber gar keine Gedanken darüber mache. Das würde ich erst machen, wenn ich hier größere Beträge entnehme. Sobald ich meine Position dann aufgemacht habe, dann sehe ich die Position hier auch im Dashboard. Man kann immer nur eine einzige Ethereum Position haben hier bei Ethos Reserve. Es gibt noch andere Möglichkeiten, eine Position aufzumachen, zum Beispiel mit Bitcoin oder mit dem OP, also dem Optimism Token. Das kann ich hier unten machen. Allerdings habe ich auch die Möglichkeit, meine Ethereum Position anzupassen. Das mache ich hier mit diesem Stift. Wenn ich den anklicke, dann kann ich also sagen, wie viel Collateral ich hinterlegen möchte, ob ich mehr hinterlegen möchte, mehr Wrapped Ether einzahlen möchte. Dann könnte ich ja auch mehr entnehmen. Oder ich kann auch hier das Darlehen erweitern. Also mir mehr entnehmen wäre zum Beispiel eine Idee, wenn jetzt Ethereum weiter im Preis steigt, dann würde ich halt quasi meinen Gewinn schon mal im Voraus hier entnehmen. Also den neuen Gewinn, den ich mache. Oder ich kann auch meine Schulden zurückzahlen, indem ich jetzt hier einfach Earn Tokens zurückgebe. Das geht hier über diese beiden Stifte. Und dann bekomme ich hier auch wieder die üblichen Statistiken angezeigt. Ich kann auch meine Position als Ganzes schließen. Dann muss ich eben 412 Earn Tokens einzahlen, um quasi dann 1,9 Wrapped Ether zurückzubekommen. Das ist also die Möglichkeit, die ich habe, wenn ich an meiner Ethereum Position weiter rumschrauben möchte. Ich sehe hier auch die Collateral Ratio von 872 Prozent. Also wie gesagt, wir haben ein sehr großes Puffer. Liquidation Price, den sehe ich hier auch nochmal. Das ist also der Preis, wo meine Position aufgelöst wird. 234 Dollar. Und wenn meine Position aufgelöst wird, wenn also Ethereum wirklich auf diesen Preis fallen würde, dann würde das bedeuten, dass mein Collateral, also meine 1,9 Wrapped Ether weg sind. Man muss aber jetzt dazu sagen, dass wenn der Preis so weit runter geht, dann wären ja auch meine Wrapped Ether nicht mehr 3600 Dollar wert, sondern sie wären tatsächlich wesentlich weniger wert, nämlich nur noch 300 oder 400 Dollar oder so. Und das heißt also, mein Verlust wäre dann eigentlich auch gar nicht so groß. Immerhin habe ich ja noch die 400 Earn Tokens. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit meinen Earn Tokens? Also die erste und ziemlich naheliegende Möglichkeit wäre, dass ich meine Earn Tokens einfach erstmal verkaufe. Und zwar, dass ich mir dafür USDC hole, um mich gegen das Risiko abzusichern, dass darin besteht, dass der Earn Token eventuell als Stable Coin nicht ganz so sicher ist. Und das mache ich in der Regel mit, inzwischen mit Lama Swap heißt das. Also von DeFi Lama gibt es eben hier auch einen Swap. Das ist auch ein DEX Aggregator. Also er sucht für mich den besten Kurs raus. Er spart mir auch jetzt rauszufinden, auf welchen Exchanges der Earn Token eigentlich gelistet ist und so. Und das mache ich also über Lama Swap, suche hier den Earn Token raus. Und kann dann eben in USDC swappen. Und von da aus kann ich natürlich dann alles Mögliche machen, wie zum Beispiel das auf mein Konto über irgendeinen Off-Ramp oder so zu schicken und in Euro umzuwandeln. Und dann da von mir aus auch auszugeben oder festzuhalten, um dann später mein Darlehen zurückzuzahlen. Das ist also natürlich die erste und total naheliegende Möglichkeit. Eine zweite Variante besteht jetzt darin, dass ich die Earn Tokens nicht umwandle, sondern dass ich die einlege in den sogenannten Stability Pool. Der Stability Pool ist dafür zuständig, quasi das Dollar Pack des ERN, des Earn Tokens zu erhalten. Und da kann ich also jetzt quasi auch meine Earn Tokens einlegen. Ich bekomme dafür immerhin eine APA von 12% und diese APA, die kann ich natürlich wiederverwenden, um zum Beispiel mein Darlehen nach und nach zurückzuzahlen. Das ist so eine Möglichkeit. Sicherlich gibt es auch noch andere Ideen, was man mit der APA hier anfangen kann. Meine Einlage in den Stability Pool berechtigt mich dann quasi zu ungefähr 12% APA. Die APA ist allerdings nicht festgelegt. Sie kann sogar schon mal auf 20% steigen, ist sie in der Vergangenheit schon gewesen, kann aber auch schon mal runtergehen. Das hängt einfach da von bestimmten Vorgängen ab, die hier in diesem Protokoll laufen. Diese Rewards notieren in Oath Tokens, also ich bekomme Oath Tokens im Wert von ungefähr 12% meiner Einlage pro Jahr. Die Oath Tokens selber, ganz ehrlich, also ich kann mit denen jetzt im Moment nicht viel anfangen, zumal auch hier in diesem Beispiel der Betrag nicht allzu hoch ist, der dabei rauskommt. Es wären ja dann ungefähr 40 Dollar im Jahr, die ich hier bekomme. Und man könnte die hier dann weiter staken, über Stake nochmal APA generieren. Dafür muss man allerdings noch ein bisschen kompliziert hier die Oath Tokens nochmal in was anderes umwandeln. Wie das geht, müsst ihr euch mal selber schlau machen. Und jedenfalls für mich lohnt sich das Ganze nicht, weil ich breche hier ja jetzt nicht von allzu hohen Beträgen. Und stattdessen dumpe ich die einfach, ich verkaufe die in USDC. Das mache ich auch über LamaSwap. Ich kann hier also oft zum Beispiel in USDC wandeln, relativ simpel das Ganze. Ansonsten muss ich ja wieder von Hand in Exchange suchen. Ethos Reserve ist ja als Protokoll noch relativ jung. Es ist gerade mal zwei oder drei Monate alt und wem das Ganze zu riskant ist, in ein so neues Protokoll zu investieren oder ein so neues Protokoll zu benutzen, der hat eventuell Lust, stattdessen Liquity zu verwenden. Liquity ist ziemlich genau dasselbe. Es läuft allerdings auf der Ethereum Blockchain. Der Vorteil von Liquity ist ganz einfach. Es ist ein Projekt oder ein Protokoll, das schon sehr, sehr lange existiert und sehr lange völlig unfallfrei funktioniert hat. Es ist eigentlich sehr, sehr viel sicherer als Ethos Reserve zurzeit auf jeden Fall, kann man so sagen, weil es wesentlich besser erprobt ist. Und Liquity hat allerdings auch ein paar Nachteile. Der eine Nachteil ist, Liquity läuft auf der Ethereum Blockchain, also auf dem Ethereum Mainnet. Das heißt, die Gasgebühren sind sehr hoch bei bestimmten, also ab einem bestimmten Betrag fängt das wieder an sich zu lohnen. Aber bei kleineren Beträgen wird man wahrscheinlich sehr viel mehr an Gasgebühren bezahlen, als man zum Beispiel an APR im Stability Pool bekommt. Insbesondere, weil, und das ist ein weiterer Nachteil von Liquity, der Stability Pool hier nur 2,5 Prozent APR abwirft, also nicht 12 Prozent. Und vermutlich wird die Reise bei Ethos Reserve über die Monate auch in diese Richtung gehen. Denn je mehr in diesen Stability Pool eingezahlt wird, desto mehr verwässern natürlich auch die Rewards über die Zeit. Dafür ist Liquity aber eben wesentlich sicherer. Der LUSD notiert bei 1,01 Dollar, sieht man hier. Der LUSD ist das Äquivalent zum Earn Token, ist also auch ein Stable Coin und den kann man hier über Curve dann entsprechend umwandeln. Denn Curve auch wieder sehr hohe Gebühren. Also ich würde hier genau überlegen, ob ich also Liquity verwende, wenn es um Beträge unter, ich sag mal, 10, 15 Ether oder so geht. Wahrscheinlich auch da wird es sich nicht wirklich rechnen. Man muss schon noch größere Beträge nehmen. Aber das gibt vielleicht mal so ungefähr ein Gefühl dafür, mit was man so rechnen muss, wenn man also Liquity stattdessen verwendet. Ansonsten kann man natürlich auch einfach bei Ethos Reserve mal einen kleinen Betrag reinlegen, das Ganze mal ausprobieren, mal gucken, wie es sich anfühlt. Und dann später, wenn man ein sicheres Gefühl bei der ganzen Sache hat, dann eben das nach und nach auch steigern. So und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Wenn ihr mehr von diesen DeFi-Tipps haben wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu Ethos Reserve, zu Liquity oder anderen Themen, schreibt die in meine Kommentare unten rein. Ich beantworte in der Regel jeden einzelnen Kommentar. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.